ich hör doch mal das gespürt es saugt schon wieder an mir geistermaske ich kann nicht noch mehr tragen ich weiß nicht brauchst du ein paar heiltränke? ja kann ich gebrauchen feldharnisch kannst du auch verzaubern lassen feldharnisch könntest du noch verzaubern? ja die resistenzen kannst du unter umständen kriegen ne hat er doch blitzwiderstand mein Handschuhe ist gelb geworden der kann auch gelb werden ja nur wenn ihm so ist ne ich versuche mal mein Glück meiner ist gelb geworden nehmen wir mal für später mit da geht es ja gar nicht weiter oder geht es da weiter? ich weiß nicht ist da drüben noch was drin in der unteren zelle? ja der oberen hier ist nix toll da ist auch nix doch ein fass den wir fessern bogen sitzen dann eingesperrt muss ziemlich eng da drin gewesen sein ich weiß nicht das sah nicht dünn aus trotzdem na wir fangen jetzt level 2 na wir fangen jetzt level 2 wie weit machen wir heute? wie weit machen wir heute? bis Andariel oder? ja bis Diablo hab ich gedacht ich weiß nicht ich schaff Andariel wird wahrscheinlich nicht schaffen oder? ich wäre jetzt wenn wir davor stehen nicht mehr würde knapp werden ich weiß nicht wie viel Zeit hast du denn? ok bisschen Gliedschirm noch oh guckbar bondage spiel egal so ähm dann machen wir noch ein bisschen weil du klingst schon so müde ich kling doch immer so nein außerdem hab ich heute schon irgendwie drei stunden geschlafen irgendwann mal bevor ich wieder aufgewacht bin weil es nur so warm war ja ist schwierig zu schlafen inzwischen geht's ja so kurz bevor man aber da aufstehen muss geht's dann so langsam ja so kurz bevor man aber da aufstehen muss geht's dann so langsam das kann ich auch mal machen dann ist sogar gesockelt mit zwei was? die nehm ich? 66 Verteidigung wie viel? 66 aber es zweimal gesockelte mhm ich denke mal das gesockelte würde nicht weg gehen ja jetzt erstmal gegner töten so und nachher gehen wir dann noch einkaufen kaufen sie erst ein paar pizza ich weiß ja nicht ob du einen so großen gebrauchen kannst ich hab perfekte Dinger in meiner Kiste liegen und Runen und Skulpturen von gigantischen Penissen wenn der verbesserte Verteidigung kriegt und ein bisschen gelb und vielleicht noch ein bisschen anders das ist deutlich noch kein Mensch haben könnte das ganz gut werden hallo schlag euch die Schäden ein ich bin voll aggressiv ich möchte morgen in der Schule einfach laufen laufen wirklich da hin das sind noch Schweißausbrüche ich kaufe mir so ein Elektroscooter und damit fahre ich dann an das laufen war mir zu anstrengend ah perfekt ja mal gespannt was du kriegst tschüss 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 ach kaum auch 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 niemand mehr haben äh dir will ich gar nicht reden hab ich noch was in meinem Würfel ja Heiltrink taugt in dieser Ring was ja wow Magieschaden reduziert um eins geil wünsche ich dir 10 davon so verzaubern mir doch mal diesen gesockelten ich kann den da nicht reinlegen nicht nein keine magischen keine gesockelten achso oh ja toll ok dann musst du doch die anholen gut verkaufen achja kannst rein tun was du immer du willst solange es nicht gut ist wo hab ich denn hier hingeworfen was war denn das leichte plattenristung mhm ja die ist gesockelt sogar dreimal legt mir im arsch wenn sie fast lohnt die rein zu holen oh wo war denn das jetzt ja wo war das jetzt fällt Hanisch ja schon na ist das noch zu die Tür ist das denn wieder zu ist auch noch zu was soll denn das frei offene Türen für freie für offene Menschen oh geil ich hab ein goldenes Gegenstand goldenes Gegenstand ich hab deutsch gelernt schön euch zu sehen toll Verteidigung 104 wow sonst nichts weiter Kälte Kälte reduziert um 25 plus 1 zur Stärke Giftwiderstand plus 19 Schadenreduziert um 3 Magie Schadenreduziert um 1 könnte besser sein naja das senkt meine Verteidigung um 100 Punkte halt ich glaube nicht dass das den mehr Widerstand und Kälte und Gift aufwegt Müsst du ne vielleicht haben ne ja verkaufen wir das Drecks da finde ich jetzt nicht wirklich besser toll mir diesmal aufgespart aber nein wegen der Funior ist er gleich genutzt mir ja du bist schuld wieso kann man das nicht für Geld öfters kaufen da durch vorhanden die Harnschule ich weiß gar nicht so 13 Verteidigung und mit den Verzauberungen haben sie jetzt 46 ich hatte statt 102 104 oder 45 die Steigerung das ist ja 1000 meine Damen und Herren das ist natürlich nicht so ein bisschen Pech gehabt meine Verteidigung ich habe halt auch diversen Gifts und so aber das Problem ist halt Gift alleine bringt mir auch nichts weil wenn ich halt nur noch 240 statt 340 habe dann ist das auch irgendwie für den Arisch hätte ich mal lieber auf eine Klaue gewartet wäre dann bestimmt auch nicht viel besser gewesen wäre dann bestimmt auch nicht viel besser gewesen für ihn wäre die Todesklar viel was gelaufen bitte jetzt sind die Grenzen na machst du mal auf ist das schon Level 3? hmmm wollen wir gleich weiter? nö er will da gleich weiter, klar erstmal zu Andario gehen so wie alle Bosse so wie alle Bosse ja nur weil du die Erfahrung haben willst da hätte ich mal diesen Zestus den ich jetzt gefunden habe genommen da wäre wahrscheinlich voll was geiles rausgekommen aber nein der Fienur sagt ja ich muss die Rüstung nehmen ich habe es nur vorgeschlagen nein du hast gesagt du kommst her und schlägst mich kannst ihn ja behalten bis wir bei der Hölle sind ja passt wer hat das denn nein es ragen ich ging fest ich hasse es nö es muss jetzt so weit laufen wieso sind die Teleporter so scheiße befestigt warte ich mach den Teleporter ja wenn ich unten ankomme bin ich wahrscheinlich gleich wieder tot so was ist denn das Portal das ist das Portal das ist das Portal was ist mein Außer wieso machst du das dann so weit weg da muss ich ewig weit laufen gut dass ich noch einen Heildrang getrunken habe das hat sich jetzt voll gelohnt oh die ganz ordentlich drauf du hast einfach noch nichts drauf das ist das Problem ja oder so ich muss jetzt erstmal meine 20.000 Tränke neu belegen gut dass es auch keine schnell belegen Taste gibt warum auch wer will denn schon Tränke belegen so der Finger steht ein bisschen im Feuerball also wenn ich äh Feuerwiderstand minus 8 habe ich geh mal kurz weg äh wie spinnst du so lauft ihr denn ständig wegbleibt einfach mal stehen damit ich euch viel leichter töten kann dann wird die Sache viel leichter dann wird die Sache viel leichter und wenn ich schon fast fertig bin kommt er wieder wirst du und dann so hooo ich bin der Fino ich hab dich alle allein getötet ja dann sollen wir diesen Elektroplätzen aufhören die stören mich ich auch so kommst du oder ich komme toll du bist zwei zur Stärke komm ich mal rein ich bleibe in die Fresse wie ein guter Gast das nicht so macht in der Fino hier schlägt schon der Schwarze Ich bin ein Rassist, der Wahnsinn Beim Schachspiel übrigens auch nur Weiß Aber bei Weiß ja auch anfangen da Wahnsinnig Sehr rassistisch dieses Spiel Also beim Schachspiel ist auch ein Rassist Das ist eine Tatsache Hey Was ist denn für eine Verarsche Ein Amulett Großartig Oh, Knochenmagier Ein eckiges Schild Das ist ehrlich gesagt mehr spitz als eckig aussieht, aber ok Es hat Krampen, das reicht Ah, so kommt man da rein Vollige Heimgänge hier, wow Mysteriös Komplex Nur wieder aufs Neue schafft es dieses Spiel nicht mich in Erstaunen zu ersetzen Wow, Alter Guck mal Wunder, Junge Ein Scherencutter Ich bleibe mit einer Schere an Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so weit kommen Ich bin überrascht Das ist halt, weil ich so dieses Skill habe Ja Das ist schon Ja Vielleicht schon Oh, sind wir giftig ja jetzt die Gegenden Das merkt man total Und ich friere sie ein Ja Das ist auch wichtig Ja, ein Klingenbogen Aber du kannst die Klingen verschließen Hm Wo schieße ich denn hin? Hm, keine Ahnung Es ist spät Genau genommen ist es früh Genau genommen ist es früh Es sind Tropfen und auf einmal so viel Schild Mauer Schild Okay Hier ist ein Timecam, wir können dich mal wieder Boah Das war ein bisschen viel Pfff Äh... Ach, das Portal will er auch noch haben Jetzt Ansprüche hier schon wieder Oh, gleich eins Komm schon Block die mal Sehr gut Ich hab sie geblockt Okay, gehen wir mal hier außen rum Kommt ihr vielleicht daher zum Portal Für noch eins zu kommen, dass es zwei ist Oh, tschüss So kann ich die offene Tür nicht einsammeln Gut Dann lass mal hier hin Dann lass mal hier hin Nein Alter, die machen auch viel Schaden mit denen Scheiße Ja, bei einem Feuerball schon fast tot Tränke überlegen Achso, ja, siehste, das muss ich auch noch machen Geh die Tränke schon wieder aus Das neue kaufen Schön euch zu sehen Öl Müll, Müll, Müll Müll Nein, bis 17 Wegstoßen Ja, Müll Auch Müll Halte Tränke kaufen Okay.